Ja hallo, nachdem wir uns jetzt damit beschäftigt haben, wie man so lokales Repository erstellt, würde ich jetzt ganz kurz noch ein Recap machen und schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was wir bis jetzt gemacht haben. Also wir haben uns jetzt bis jetzt damit beschäftigt, wie kriege ich Dateien in das Source-Code-Management rein. Also am Anfang kommt mit git init die Unterteilung in das lokale Repository und hier oben jetzt in unser File-System. Dann haben wir einen Einkaufszettel angelegt, ein paar Sachen drauf getan und dann haben wir den hinzugefügt. Und jetzt wichtig, der wird ja nicht sofort dem lokalen Repository hinzugefügt, sondern eben auf die Stage gelegt. Das heißt also, der ist jetzt in so einem Zwischenzustand. Dann haben wir den Einkaufszettel noch mal geändert, Eiscreme drauf und jetzt mit Commit in das lokale Repository reingeschickt. Und wir sehen, jetzt passiert folgendes, also wir haben einmal den Commit, es gibt jetzt einen neuen Head, das heißt also, das ist jetzt die aktuelle Version und wir sehen, es ist nicht die, die auf der Festplatte liegt, sondern es ist die, die eben noch hier in unserer Stage lag. Schauen wir weiter, also wir haben den Einkaufszettel dann noch mal verändert und haben dann noch mal mit Commit versucht, etwas zu committen und es passiert nichts. Wir sehen, also hier passiert nichts, es bleibt immer noch der, der Head, weil er hier eben nicht die aktuelle Version ist. Was uns dabei hilft, ist dieses A, das A ist diese Kommandozeilen-Parameter, minus A, der eben jetzt dafür sorgt, dass alles, was schon mal auf der Stage lag oder was aktuell noch als Prototyp auf der Stage liegt, dass das auch tatsächlich committet wird und siehe da, also hier Commit, neuer Head, also das ist jetzt die aktuelle Version, denn das, die beiden stimmen ja jetzt überein und das ist natürlich auch gleichzeitig der Master, also quasi die letzte Version in der Versionskette innerhalb dieses Repositories. Gut, dann haben wir ja gesagt, wir brauchen noch ein paar mehr Dateien, also hier, was weiß ich, diese Anschaffungs-TXT, dann diese Binär-Dateien, okay, haben wir jetzt dazu gepackt, war jetzt nicht ganz so zielführend, wenn man jetzt das hier alles reinpackt, also haben wir gesagt, wir wollen irgendwie Teile nicht mit ins Repository packen können, also irgendwelche Debug-Ausgaben oder irgendwelche Zwischenergebnisse beim Bauen. Dazu haben wir geht Ignore editiert, haben gesagt, okay, alles, was hier Punkt Bin heißt, das ist jetzt mal ein Beispiel, können auch Punkt Exe, Punkt Debug, Punkt irgendwas sein oder ganze Verzeichnisse, dass wir eben sagen, die wollen wir nicht drauf haben. Jetzt kann ich Folgendes machen, mit git add kann ich jetzt den ganzen Inhalt abzüglich dessen, was ignoriert wird, auf die Stage liegen. Ja, und jetzt sehen wir hier, also Kopier auf die Stage, das ganze Verzeichnis, das ist aber bei uns nicht so viel im Moment, also die Anschaffung und der Einkaufszettel. Jetzt ein Commit und das Ganze ist drin, wir haben einen neuen Head, wir haben eine neue Datei, wir haben eben hier auch einen neuen Datei-Inhalt, alles wunderbar. So, jetzt editieren wir nochmal den Einkaufszettel und werfen da die Marmelade drauf und auch hier wieder altes Spiel, diesmal wieder mit A, also direkt wird direkt durchgecommittet. Der neue Head ist jetzt diese Version und da sehen wir, alles klar, die ist jetzt mit der Marmelade und eben die Anschaffungen sind auch noch dabei. Das ist jetzt der Zustand, wie wir ihn haben und jetzt haben wir noch ganz kurz so ein Recap auf eine etwas abstraktere Übersicht, so eine Art Cheat-Sheet. Also, was haben wir? Wir haben gesagt, okay, von unserem Laufwerk, also vom Fallsystem verzeihen, jetzt komme ich auf die Stage mit add und von der Stage komme ich mit commit in mein lokales Repository. Hier hinten haben wir noch gar nichts gemacht. Bevor wir uns jetzt aber damit beschäftigen, wie wir die Dateien in ein entferntes Repository bekommen, beschäftigen wir uns erstmal damit, wie kriege ich eigentlich Dateien aus meinem lokalen Repository wieder raus und was uns ja besonders interessiert, wie kriege ich eine bestimmte Version, also eine, die mich interessiert, aus meinem lokalen Repository wieder raus, um damit weiterzuarbeiten. Und genau das gucken wir uns jetzt im nächsten Video an. Bis zum nächsten Mal.